auch die Novo im Arnus ich wollte gerade ausdragen ich hab die Novo im Arnus also ich mach mal da kurz weg ich oder was? ja das ist die in der Mitte, die mich nicht sehen Sextraktion-Bock-Bock-Bock-Bock-Bock Achtung, lang kommt einer ey, Snack ist weg nicht mehr lang, jetzt wo ist der? der geht über kurz als Fynn-Mongo egal, heul also heul, ey Alter, kämmt einer bei lang mit der Awe wer geht bitte über kurz in der Aufwärmphase was, Mongo ist einer über kurz gekommen ach, was kommt der noch und ist ja schon tot weiß nicht ich will zu Christmatterfucker machen oh, ich nein, scheiße ach, man ey überrascht nein, scheiße surprise bitches hab ich auch versucht komm, einen noch, einen noch, einen noch ich bin halt schon durch den Eis, ey nein surprise bitches beim ersten Mal hab ich auch einen erwischt ach chiki, du bist echt ein vollidiot für die Frage hast du echt gekickt, ey komm mal nach Spaß nein achso, du hast, ist schon gestartet ich will mir das Gerage nicht antun durch ich wusste es durch, durch, durch du käfer ist schon fast tot ja woher kann denn die Granate, wenn da keiner ist alter da oben sitzt da einer nicht zu weit geflogen ja das ist wie Headshot nix anderes ja hinten, Achtung, hinten hinten ja das sind auch zwei was ich mach alter was der für'n hässliches Bild drin hat Stummelchen Stummelchen, richtiger hässlich ey mit der Abgesägen sagste mit der Bison oh nein jetzt wird er aufgerollt tschüss jetzt hab ich schon wieder die Bombe, warum? Mann, ich hatte sie ja gerade gar nicht ne, hatte ich nicht gerade schon die Bombe Woll ich reinflaschen oder drauf geschissen? drauf geschissen ja doch, Pussy achso halt, ich muss da die Bombe legen wo ist die Waffe von dem hingeflogen? ruhig, ruhig, ich glaub, Katarzt kommt was da ist, zwei sind in der Mitte sag ich weh dir noch was, oder seid ihr alle geflogen? ja, ich sag doch was alter, auf die wieso trifft man mit der Bison über Alter, Loch, 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 Loch Tür, 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 Tür der hält, ja Käfer, geh da weg Loch, Loch Alter, Katarzt, Katarzt Alter, der Bison, keine Muni mehr alter Käfer, du hast so nix getroffen der Typ stand vor dir, der aus der Tür rauskam du hast nicht getroffen du hast nicht getroffen du hast nicht 3 kills du hast nur 3 kills merken wir nur wegen dem einen, der hat 5 kills schon der carryt, der carryt die, was? Hallo Stummelchen wieso? achso was wieso, hä? da Danny, Stummelchen geh mal B B ok 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 dann werfe ich Granate durch hat keiner das Moe nein ich hab nur Flash und Runeet warte mal warte mal da ich guck das kann nur sein, das ist all geht nicht A durch boah, ich krieg da hin, ist auch einer das ist aber fast tot ok ok jetzt Cutter ist einer ja, Cutter ja mit einem Schuss natürlich mit einem Schuss Flash da kommt noch was mit ist unser Liebespoider draußen die Tür da kommt wahrscheinlich nur 2 Cutters 2 Cutters was? immer noch kein Stummeliebespoider so ja, im Voron ich hab 4000 bitte ja ich will doch bitte den Nova nehmen so, jetzt mit Smoke nach nach A na der hat halt Hock-In-Sniper bei A lange jetzt kann ich vergessen, ist alles wieder scheiße wir haben jetzt schon verloren eigentlich die erste Hälfte ja, ich smoke jetzt B das schafft man schon halt smoke ohne Witz halt die Fresse ohne Spaß jetzt halt einfach dein dreckiges Maul halt die Fresse da ist links einer links ist einer direkt wenn man rauskommt links Achtung hä? was? also ne hallo null der ist ach komm vier Treffer ja ich sicher Cutters sichert ihn Cutters oh fuck wieso hab ich keine Munition mehr kommt Leute 3 gegen 3 ey, es geht da hin da ist einer lang jawohl entschuld Cutters kommt gleich einer der steht der kommt der ist draußen der ist draußen gib ihm gib ihm gib ihm jetzt schieß jawoll ich hab ihm 92 Schaden in einem Hick gemacht ich hab ihm 92 Schaden in einem Hick gemacht hallo hallo ho 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 geh mal kurz also nein komm lang warte du kannst da ist einer drin wo ist denn da ist keiner da ist ein Grube 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 Ach! Super! Ah Junge! Leute! HITZ! Jawoll! Geht doch! Hinten oder? Hinten! Hinten! Tschüky! Gelang! Gelang! Weiß nix! Lauf! Geh in Deckung! Ich hab die Hurenbombe! Leute! Es ist bloß noch einer! Nur noch einer! Ah fuck! Oben beim Spot! Alter! Wollt ihr mich verarschen? Ja! Flo! Jetzt! Jawoll! Die Bombe! Die Bombe! Ach halt keine von mir! Ne Florian! Ach egal! Tschüky zumindest keine Autos mehr von mir! Gehen wir gleich nochmal A lang! Wir sind nützlich jetzt! Ohne Autosnive weiß Tschüky! Mit Autosnive weiß Tschüky halt das los! Also? Ja echt! Was? Genau! Was glaubt ihr denn? Käfer! So steig ich aber nicht auf! Ja! Bleib doch draußen! Da kommt ihr schon gleich wieder ein! Ich geh durch! Da hockt bestimmt ein Sniper hinten beim Spot! Ja! Warte! Wo ist die Autosniper? Ja! Achtet einer auf unser Rücken! Da ist einer! Warte! Einer von hinten! Sauber! Ich glaub noch einer! Los! Vor! 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 Komm mit! Lass mich alleine hier! Nein! Nein! Ich folge jetzt! Da ist er auf jeden Fall! Am Spot ist einer! Was?! Durch den Smoke! Shit! Wo ist der? Wo ist der? Ich plant! Ich plant! Ach! 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 So! In der Mitte war ein Autosniper! Ihr müsst aufpassen! Lass den kommen! Ich guck! Wenn ein Autosniper kommt! Timo, dann schau mal an! Lass kommt einer! Ach! Bei kurz kommt einer! Lass ihn doch alle kommen! Aber auch Autosniper! Jetzt geht euch der Autosniper! War ja kurz! Tiki lass ihn kommen! Weg! 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 Nein! Nicht so weit! Nein! Nein! Jetzt haben wir alle verloren! Du musst schnell ran! Renn jetzt rauf! Jawoll! Also! Ich sag's! Guck mal! Dauerfeuer! Und der kriegt einen Header! Seine Episode genug hätte er dich platt gemacht! Er hätte nur einen Schuss treffen müssen! Ich nehme jetzt eine ABP und dann gehen wir wieder lang! Die dürfte jetzt langsam kein Geld mehr haben, ey! So gut! Egal, ich kill die jetzt eh alle! Lass go! Lass Tiki kein Kind mehr kriegen! Warte auf Granate oder so! Ja, ja, ja! Du weißt! Aber die Gegner werfen irgendwie keine Granate! Ach! Blend! Scheiße! Ich seh nix! Ich auch nix! Wo bin ich in ihn gelaufen? Pistole! Ja, da liegt die Formel jetzt drin! Ja, ich kann nicht rein! Aber der hat nur ne Pistole! Der hat nur ne Pistole! Warte, gehen alle! Auf die Bombe! Oh Gott, ich treff nix mit der ABP! Da kommt noch einer gleich von... Nice! Da kommt lang gleich einer, glaub ich! Ach, keiner! Ich glaub von unserem... Nice, nice, Leute! Nice, nice! Das war eigentlich nicht so geplant, aber es hat gepasst! Ja, ist okay! Also ich guck jetzt in der Mitte, wo die lang gehen, das ist wohl besser, als wenn wir dann auf alle treffen! Ja! Wobei, dann kann sein, dass da zwei gleich in Mitte durchkommen, also... Jetzt bleib ich die weg! Ja, weil der kam immer von hinten! Bleib mal! Guck, guck, ihr könnt ja lang bekämpfen, wenn da jemand rauskommt, dann kriegt ihr den! Dann kriegt er, ja! Ja! Aber bleibt ein paar hier, auf dem müssen wir noch ein paar... Na! Einer, B! Zwei, B! Du Wichser, Alter! Geh mal lang, oder was? Ich hab ihn getroffen! Einer ist, B! Komm zurück! Es ist nur einer, B! Dann geh ich über Katars nach B! Ach, fuck! Über kurz ist einer! Weiß bloß nicht, ob der wieder zurück... Da ist er! Hm! Warum legt er sich nicht mehr an? Voll! Oh, zwei gegen zwei, Flo! Ja! Oh, überlebt! Nein! Snipe walkt im Loch! Der hat schon Eingang! Jawoll! Ah! Wenn du nicht! Ach! Wo kam der jetzt her? Ich hab den gar nicht gesehen! Wie lasst du ihm gegeben? Ich hab ihn nicht getroffen, sonst wäre... Bei mir hat du gespitzt bei dem! Echt? Genau! Alter, ich hab ihn... Wo kam der her? Halt du dein Maul, ey! Kein's gar nichts! Außer paar Luck-Headshots, ohne Witz! Oh ja, ich hab mal die Runden gerettet Wo du verloren hast, denn ich bin... Der Bogot! Jways was Dauerfall gegיב und hätte schon! Kit Kerив! Erstmal im Ernst... Das war's! Lass' ich ste venture... Pust's hin bissl... Nöööö,ственn halt'n der... Schack, Oh, dann haben wir da auch den Sniper. Oha, wie er geflogen ist. Oh, ich hab den Smoke. Keiner vielleicht den Sniper oder was? Das stimmt ja mit euch nicht. Nein. Da ist keiner. Ja, die können ja auch den Sniper haben. Ja gut, dem wir jetzt rumsehen. Vielleicht kommt wieder was von lang. Ja. Da ist doch einer irgendwo. Kurz, kurz, kurz. Ich achte auf hinten. Jawoll, der Flo räumt ab hier, ey. Geil, Mann. Boah, ey, wär ich nicht gewesen, ey. Warte mal, warte mal, ist das eine Awe? Der hat. Oh ja. Schnell, frissiger. Ja, fuck. Bin mir rangekommen. Ja, immer noch keinen Spoiler. Okay, gmwb, ich bin greif, ich kreis. Ich kreis gerade so gut. Ja, gmwb, ich nehme Smoke. Also nicht Granate werfen oder was? Kann schon auch, genau. Ich erfahre Smoke, dass wir hinten, falls einer hinten kämmt, dass wir da nicht auch noch drauf achten müssen. Mal aus B rauskommen, ist halt so scheiße, die hocken da überall. Ja, geh, bist weg. Ach, schick, ist ein Spaß. Glaub, oh, Katas unten. Eine Türscheine, eine Türscheine. Fuck, ey. Katas hab ich kaputt gemacht. Ich bin draußen, nicht kämpf, draußen. Komm. Gut, dann kämpf ich beim Auto jetzt. Ah, sorry. Ja, natürlich. Katas. Na klar, gib doch mir nen Headshot. Nichts anderes. Puh, ich will auch. Komm, wir gehen nach B, oder? Nee, wir gehen nach A. Ja, okay, wir gehen nach B. Aber A ist ja. Wir haben keinen Sniper. Ich hab nen Sniper. Wie, doch online. Wir haben keinen Sniper. Dann guck mal, Chicky, wo die lang gehen. Go, go, go. Ja. Sack direkt, wenn du siehst. Wie viel sind denn drüber? Also, du weißt nach B. Ja, geh mal B, komm, egal. Ist eigentlich, ist eigentlich gegen unser Credo, aber. Aber Cheek ist unser Sniper. Sind wir jetzt wahrscheinlich wieder zu spät dran. Chicky, du chillst am Spawn und snagst dir weg mit dem technischen Smoke. Nein, es ist einer, nein, es ist einer. Achtung. Na was? Wolltest du mich verarische? Okay, B ist soweit frei. Dann plante ich mal. Alter, über CT Spawn kommt einer. Ja, lass ihn doch kommen, lass ihn kommen. Loch. Ah. Ich glaub, Cutter ist noch einer. Achte drauf. Ich guck nach, ich guck auf Türe. Ich hab so einen. Ich hab Loch. Cutter ist. Auch Cutter ist. Ich hab auch Cutter ist. Ich probier's mal. Noch einer. Cutter ist ja, ja. Also draußen ist keiner. Da müsste Cutter sein. Ja, kommen alle bei der Bombe. Ich hab's, guck's dir an. Na gut. Vielleicht verrechst du dich. Ach man, hätt ich ihn von hier messern können. Ich hab mir schon gedacht, dass der da kämpft. Wo war der? Ja. Hier, da kämpfen die oft. Entweder wenn sie einen Sniper haben, snipen sie da rein oder sie kämpfen da. Weil die wissen, dass die Leute rausrennen. Dann gehen wir jetzt A. Ja, hat jemand einen Sniper außer Chiki? Das ist doch wahr. Wir gehen schon mal A. Chiki guckt. Wenn keiner nach B geht, dann gehen wir zu A. Ein zu B. Zwei nach B. Also, bobo, bitch it. Ich block euch, dass ihr nicht die Granate... Ah, fack. Es sind zwei oder drei. Ich kann flashen, Leute. Dann halt nett. In der Grube ist einer. Ja, natürlich ein Headshot. Oh Gott, von hinten kommt einer. Oh, wie die Waffe geflogen ist. Geht durchs Römer bin. Farschen. Geh weiter. Oh nein, da kommen zwei lang. Zwei müssen lang kommen. Einer mit Autosniper. Also, lass doch wirklich. Die kommen beide lang. Die kommen lang. Die gehen jetzt erst durch die Türe durch auf uns. Also, die Donner. Aber lass sie kommen. Wehe, legt euch gegen den Sniper. Ist klar. Bleibt da. Okay, du snipest die alle weg. Das müssen die letzten zwei lang kommen. Die kommen auf jeden Fall lang. Außer, sie haben umgedreht. Geh mal kurz gucken. Geh mal zu zwei, zu A. Sag doch, bis gucken. Och nee. Oh Gott. Renn, renn. Renn, jetzt renn. Nein. Schau. Nicht auf. Wer hat das schießt, Mann. Ich will jetzt runterspringen müssen. Ihr wisst echt nicht, wie man gegen Sniper kämpfe. Nee, das ist tatsächlich nicht. Ich habe mich gerade umgedreht. Sehe den Tod. Ja, also haben wir ja keins, ne? Dann kaufe ich mir einen. So, dann gehen wir jetzt A lang. Ich guck mal selber. Ich weiß nicht, ich gehe da mal von der Scheiße erzählen. Ja, ja. Ihr könnt halt nix. Warum du nicht, Wolfhain? Be safe. Let's go, my friends. 2, B. 2, B. Geh mal B, komm. Gegen 2, komm mal besser als gegen 1. A lang, A lang kam mit Granate rein. Gegen 1. Da kommt gleich einer raus. Ja. Wir campen ein bisschen. Ich komme über Kadas runter. Nice. Komm, wir gehen A, ich habe da jetzt einen gekillt. Boah, wir sind alle voll aufgesplittert, ey. Ohne Spaß. Ich gehe über kurz. Dann komme ich auch über kurz. Dann darf ich. Ich bin auch kurz. Ach, fuck. Einer steht genau an der Ecke zu A lang. Achtung. Ich mache kurz dicht. Ich mache lang. Ich glaube, kurz kommt was. Smoke by A lang. Ohnein, in der Mitte. Und, der kommt hochgelaufen. Jungs, gib ihn. Okay, jetzt. Kurz, ein. Kurz, der letzte ist kurz. Nice. Was hat er, was hat er? Eine Autosnipe-Proms. Na gut, komm, wer will sie? Ich. Wo stehst du, wo stehst du? Ah. Nice, danke. Weißt du, was ich will? Das ist gut. Ja, ich brauche noch was fragen. Eine Galil. Wenn du nichtsdestotrotz hier in den Kopf schießen. Du kannst nichts, dass du mit der triffst. Äh, kannst nichts, ich bin höher als Tore. Mit ein paar Lack-Head-Shots. Eine B. Zwei B. Zwei B. Geh mal A. Wir gehen immer A. Ich gehe A kurz. Ich gehe A kurz. Ich gehe A kurz. Danke, der Rest lang. Ach, fuck. Dann kommt einer rein. Lang zwei. Ich gehe trotzdem. Kurz, einer kurz. Schicki. Nice. Das Leben schon nur noch zwei. Komm, ich komme vor. Ist eine Bitte. Und cut hast du, oder? Wir gehen zu B. Oh, die ist Flash runter. Ey, zu A. Wir sind doch A. Ach, fuck. Ach, fuck. Beim CT war mit einer um die Ecke. Jawoll. Der ist hochgeflogen mit über den Kanal. Und dann habe ich noch eine reingedrückt mit den Autos. Und jetzt mal auf der Aufnahme haben. Bisschen ist das so geil. Oh, ist rund. Ja, habe ich wahrscheinlich nicht. Nee. Ich habe ihn bloß sterben sehen. Also alles. Wieso braucht es eigentlich eine Snipe, um zu gucken, wie viel nach A und B laufen? Das sieht man auch so. Ja, aber das ist nicht Special. Du kannst noch ein bisschen durchballern. Ja, gut. Das ist ja. Ich habe ihn gegeben. Jawoll. Einer ist noch B. Oh Gott, oh Gott. Der hat von mir einen mitbekommen. Der hat nur noch halbe HP. Okay, den snack ich mir. Achtung. Das ist meiner. Krass. Feuer. Die macht Feuer in Cutters 9. Mach schnell. Mach schnell. Sonst kommt die mal kurz schnell. Äh. Sauber. Den habe ich. Achtung. Türe sitzt einer. Türe sitzt einer. In der Autosnider, glaube ich. Ja, lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Ich gehe mal Loch gucken. Ja, Loch. Müsste einer kommen gleich. Okay, habe ich. Türe ist. An der Türe ist noch einer. Der kommt jetzt Loch. Achtung. Jetzt. Fuck. Terrorist. Ten Isles. Denied. Wie kein Chicken bisher. Chicken. So, was mache ich denn? Ich will B. B machen. Ja, ich nehme eine Nade. Ich finde jetzt einen Schuss und schieße so langsam. Eine 5-7 und eine High Explosive. Sieben Schuss sind einfach so lächerlich. Ich hole auch eine High Explosive. Komm, wir machen Double Head bei A lang. Was? B bei B. Nein, ab. Oh, wen habe ich jetzt hier, Timo? Das klingt ein bisschen enttäuscht jetzt. Ja. Die kommen lang, die kommen lang. Geh zurück, Timo, geh zurück. Oh, okay. Geh in die Grube. Nein, nein, nein. Fuck. Fuck. Alter, wir sind alle. Drei Stück. Ah. Fuck. Alle drei Stück. Nein, kurz ist auch einer. Nein. Fuck. Jetzt haben wir auch. Ich bin mit der Pistole alle Treffen. Ich bin so schlecht mit der Pistole. Ja, ich aber auch, ey. Ich weiß nicht, wie jemand damit treffen kann. Ohne Spaß. Oh, Alter. Was ist denn das für ein Heslo? Ich hab 163 Damage von meiner Granata. So hat der drinnen eine Karte auf. Hättest du mit einer Double-Nade gemacht, wenn ich so tot gewesen. Ohne Spaß. Du bist so ein Bastard, ey. Deine Mutter soll mir nicht verrecken. Ohne Spaß. Ich geh wieder B. Ich geh wieder B. Wieder B? Ich geh... Ich bin Nova B. Ja, ich auch. Ich geh alle B. Ich geh alle B, ey. Dann geh ich ja lang. Ich hab ne... Dann lass mich doch durch. Ich geh kurz, kurz. Ich geh kurz. Da ist einer kurz, ja. Okay, den hol ich mir. Ah, lang kommt auch einer, lang kommt einer, lang kommt einer. Ich bin tot, ey. Wie viele kurz? Zwei lang, zwei lang, zwei lang. Nein. Dann brauchst du mir sofort zurückzukommen. Wenn wir sagen, die sind alle bei Adern, gib doch sofort zurück. Ey. Meine Fresse. Ja. Ja. So, jetzt mach mal wieder alles kaputt. Ja, du, größter Schwester. Du, du kannst doch nichts auch nie was können. Du musst es aushalten für die... Nein, warte mal, das war falsch. Nein, das war nicht falsch. Du musst es für die Gruppe aushalten. Das geflame dann. Das geflame, weil die ganze Zeit irgendwelche Kick-Forderungen kommen. Flash bei B, B habe ich auch einen gesehen. Ach, fuck! Egal, zwei haben wir mitgenommen. B ist auch die Bombe. Einer ist bei B, einer ist in der Mitte. Jiki! Nein, der ist links! Oh, Gott! Ja, natürlich! Wie, ich kann Jiki erst in 74 Sekunden kicken? Halt's Maul! Halt doch Strom! Machst du das Raddeckes? Halt die Fresse, Goat Reiter! Sonst reiht ich gleich dein! Komm, push dich mal hoch, ey! Wo, wo muss ich da hin? Ah, ja, gut! Ich krieg kein Sniper in der Mitte. Eigentlich solltest du mit der Nova hoch, aber gut. Danke. Ja, ich bin oben. Oh, die Smog, die kommen kurz bestimmt, wenn die nehmen mit der Smog. Die kommen, die kommen kurz! Ich räum's alle weg. Oh, fuck! Das sind noch drei kurz! Ich komm über Cut Ass! Fuck! Ich hab auf jeden Fall noch ein paar angefrackt. Ja, die sind A. Jo, gehen unterwegs. Im Boss-Modus. So ein Strecher-Modus. Nice. Bombe-Liebbar-Ascropod. Haben wir alle? Da ist der! So lang! Der ist, ja. Headshot! Alter, aus Spaß! Das war doch kein Headshot! Thomas-Power! Hey, Stüppelchen! Hey, Thomas! Nigger! Danke, Chiki! Halt deine Fresse, Mann! Bitte, bitte, bitte! Halt deine Fresse, Mann! Halt deine Fresse, Mann! Halt deine Fresse, Mann! Halt deine Fresse, Mann! Nein, nein, nur Chiki soll die Fresse sein! Danke! Okay. Der hat euch schon recht. Ich geh B. Du musst das von vollem Reinen unterbinden, Florian, das geht gar nicht! Na, Autosniper in der Mitte. Aber wirklich gut. Schießen tut ihr halt nicht. Das war ein Headshot übrigens. Okay, A ist, glaube ich, so lang weit frei. Chiki, jetzt mach keine Hardikäste, bevor ich komm, deine Nase brechen. Wo? Ach, bei Danny haben wir das vor. Die sind bei B und in der Mitte, alles! Loch, 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 Loch! Oh, mir liegt vor, vor am Loch! Passt auf Katas auf! Oh Gott, Autosniper bei uns, äh, bei A. Ey, der hat mich auch erwischt. Psch! Rechtsflug. Aha. Katas, glaube ich. Ja, Katas, Autosniper. Hier, der mit des Aura. Jawoll. Nur noch Katas, Autosniper. Jawoll, Leute, jawoll! Na, jetzt. Rekt gleich B aus. Nice! Ich geh wieder B. Ich mach Alang. Ich auch. Ah! Ah, die Palmas ist schon geil. Wenn ich B. Sie ist auf jeden Fall, ich sehe die schon gut, aber ich finde die M4 trotzdem besser. Ich finde die Palmas aber übel präzise. Naja, geht. M4 ist genauso präzise. Na, kann man es besser. Ich glaube, jetzt werden die nicht B gehen. Warte ab, die gehen jetzt B. Also kurz kommt jetzt keiner. Ah, lang auch noch nicht. Kommt die bestimmt mal wieder mit. Ja, da ist es auch frei. Die kommen kurz oder so, oder? Ja, kurz. Ja, natürlich! Ah, kurz. Einer ist auch von Langkarten gekommen. Die haben auf jeden Fall Haselow Autos... Alter! Wo kam der jetzt her? Von kurzem. Ach, das stehen natürlich wieder alle, ey. Alter, Headshot. Deine Huremutter gibt mein Headshot mit der P90. Ey, das ist trick. Mach 7. Ich war so lange in der Mitte noch auf kurz geguckt. Und erst wo ich weg bin, dann sind die Kurze gekommen. Unspaß. Cool, Beretta und Kevlar, Junge. Ach, nützlos. Ja, aber ich kann mir das bisschen nicht schießen. Kurz mit der Mach7. Zwei Sniper, nice. Oh, am Arsch! Der gibt mein Headshot. Alle, wenn der nicht an hat. Wo? Noch 9 HP in der Mitte. Die kommen kurz, denke ich wieder. Fuck, Autosniper am Sporn. Ich hab noch 9 HP, ey. Mitte, Mitte 3. Ja, nice, ey. Die kommen kurz. Ne, die kommen... Die auch, die kommen kurz. Kurz, 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 kurz. Ja. Oh, die räumt jetzt auf. Ey, geh aufräumen! Mann! Du triffst nicht. Oh nein, Mann! Ey, oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Eindrück dahin, drück! Nein! Geh vor, geh vor, ey! Die dürfen die Bombe nicht nehmen und abhauen. Haben sie wahrscheinlich schon. Ja, haben sie schon, oder? Ne, da kommt er. Da kommen sie! Das sind zwei! Was machst du? Oh. Ist alles so schlecht. Hallo, drück meine Ja! Nein! Drück Nein oder Ja, dass das Ding weg geht! Ja, macht mal einer! So, ich geh jetzt nach B. Ihr gebt alle A, F. Ich geh mit Eul nach B. Dann geh ich B. Ich geh an Google bei A lang. Ich bleib meine Mitte. Nein, du gehst nach B. A, Eul, geh nach A. Ja, was? Wollte mich ver- Schiki, nein, Eul, komm mit! Oh! Wir räumen hier auf! Wer ist jetzt mit mir mitgekommen? Schiki, Mann! Sack halt in Eul! So lang ist kein Eul! So lang ist kein Eul! Schiki, du bist der größte Spaß, ohne Witz! Deine Mutter. Deine Mutter ist auch der größte Spaß, oder? Also, bitte einer! Oh, der Stummelchen! Alter, so ein Heslo! Ja! Mitte, kurz, überhaupt zu B. Das sind den Cutters. Mitte ist einer! Der geht nach B. Timo da! Timo da! Kommt einer raus gleich! Timo da! Okay. Da ist einer drin. Ich weiß nicht, wohin er ist. Okay. Hä, WTF? Hä? Hat er die Bombe gehabt vielleicht? Dann willst du noch. Fuck! Bei B ist einer. Bei B ist ein bisschen bei B. Die Waffe ist scheiße, Mann! Was kann das? Was kann das? Oh, der rafft's nicht, dass du da bist, oder? Gib dir das mal an, ey! Gib dir das mal an, ey! Gib dir das mal an, ey! Einmal wie mit drauf. Ja, die haben immer abgeplantet. Ja, die haben immer abgeplantet. Ja, abgeplantet. Ich weiß, Sparrunde. Nächste Runde Autostiper. Wer verliert es noch bei der Schlechtzeit wie die Nacht? Ohne Witz. Ja, echt, ey. Vor allem der Team. Ja, mein Spiel. Spaß. Ich krieg auch nichts mehr gerissen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Nice. Euler hat erstmal eine mitbekommen, sagste. Da ist keiner. Ich komm wieder mit. Ich hätte komm wieder mit. Scheiße, ey. Wo sind die? Ich weiß nicht. Noch nirgends. Oh nein. Der snipet immer noch. Wie lange snipen wir schon? Wie schlecht snipet der vor allem. Ja, ja. Bei mir. Ich weiß es nicht. Wie, Akutz? Akutz ist keiner. Ja, natürlich! Vier Treffer in den Kopf. Und fünf die schon. Oh, man braucht eine Waffe. Liegt hier eine. Jawohl, P290. Ich bin ein. Bin ich, bin ich, bin ich. Ich bin P, macht weh. Jungs, wir sind alle bei A. Hier ist keiner mehr. Der Sniper, der Sniper. Oh mein Gott, wir werden verkacken. Okay. Ich spiel mal. Ist das Auto-Sniper? Ja, ist es. Ich gebe die Cutters. Von wo? Ach, da oben. Ja, dann gehe ich direkt hinweg. Na komm. Von hinten auch noch einer. Mit dem Auto. Ach, fuck you! Den einen hab ich nicht erwischt. Ja, der schickt. Jawohl. Ach, scheiße, nee. Ach, fuck you! Den einen hab ich nicht erwischt. Ja, der schickt. Jawohl. Ach, scheiße, nee. Ach, scheiße, nee. B. Drei zu dritt. Ja, okay, dann gehe ich B. Oh, ich snipe dann A. Wir machen Chico nicht das. Alter, natürlich! Chico, bleib aber hinten. Na, camp hier einfach irgendwo. Falls ich sterbe, dann räumst du die heimlich weg. Na gut, so sehen sie dich. Also, bei B kommt keiner. Ja. Ja, ist gut, die sollen ruhig A kommen. Ja, ich schau mitte. Oh, bei kurz ist einer. Ich geh durch die Cutters. Was? Chico, die Autosniper. Chico, mein Autosniper. Der kommt bei mir. Achtung, Cutter Eingang. Kurz, kurz, Chico, pass auf. Ja, natürlich Headshots. Nein, warum machen die jetzt auch nur Headshots? Kurz, 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 kurz. Ich geh aber durch Cutters, kommt gleich ein Autosniper. Käfer, direkt der Autosniper hinten in der Ecke. Nehm dich. Ja. Nehm, Käfer, nein. Oh, ja. Ja, in der Ecke. Als ob ich ihn noch bekommen hätte. Ja, so ist auch nicht besser. Da sind zwei Cutters irgendwo. Da wird sicher ein Autosniper irgendwo. Aber Käfer, um 7, der kommt. Ja, ja. Smokin' Cutters. Du bist der Letz-Shit. Was ist? Warum, ich bin ich der Letzte, Mann? Ja, ja. Der Stummelchen ist so hässlich. Wieso trägt man eine Mütze in der Wohnung? Die gibt mir jetzt drei Runden, hat er mir jeweils einen Headshot gegeben. Das kann echt nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Wieso trägt man in der Wohnung eine Mütze? Wollt ihr mich verarschen? Was stimmt mit den Leuten nicht? Weil das Stummelchen ist. Und der ist 88 geworden. Das sagt alles. Der muss sein Charakter aus. Ich mach A lang Rush alleine. Fickt euch weg. Ich mach A lang Rush. Ich mach A lang Rush. Ich will die Autosniper haben. Lenkt die damit ihr ruhig ein bisschen ab, dass ich dann durch die... Ach fuck, kurz kommt einer. Ach fucking Stummelchen, Mann! Ach, meine Autosniper. Mach Stummelchen kalt, Rage. Ja, ich snipe kurz. Ich hab die Mitte im Blick. Katas war noch einer. Hast du das gesehen, Timo? Nee, was? Fuck. Boah, du bist so ein Bastard. Das war das Beste, was ich nicht gesehen hab. Boah, Timo. Das werde ich dir nie verzeihen, dass du das nicht drauf warst, Timo. Das werde ich dir nie verzeihen. Die Action war grad bei A. D ist auf jeden Fall ein Autosniper. Ja, natürlich, du! Stichschüsse! Wo ist der aber der? In die Ecke, in die Ecke, in die Ecke. Ja, nein. Ah nein! Ich hab ihm 65 noch aufgezogen und er gebänzt jetzt schon die Sorge. Und ich fick seine Haartrocken in den Arsch. Ohne gleich geht. Ohne gleich geht. Mit Anlauf. Mit Anlauf! Voll ein Einwand! Okay, ich geh. Ah, Mann, du weißt, wie ein Bobby ist, ey. Ohne Witz, Mann. Wie hat's der eigentlich hier in unsere Clan geschafft? Gerne, Mann. Ich mein, das sag's, Freunde. Aber ich mein, so viel in die Beobacht hat wir schon haben, dass wir ihn nicht mitreiten. Oh, 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 oh. Okay. Okay. Ich versteck mich hinten am Spot. Weil die kommen eh wieder dahin. Wenn die B kommen. Gott, ich bin so schlecht. Bei Alang kommt einer, der ist fast tot. Natürlich kommt keiner B. Oh Gott, ey, ich bin so schlecht. Oh Gott, Chiki ist noch schlechter. Ich hab ihn zweimal getroffen. Kommt der noch Alang, oder was? Hey, komm, Eul, du musstest das Opfer bringen für die Mannschaft. Was für ein Opfer. Ach, Mann, ich stehe natürlich schon am Spot, ey. Ich hab keinen Bock auf das Geflame. Was für ein Geflame, die können nix in zwölf Runden verloren. Ich muss heute auch meinen Raid machen. Halt deinen Maul, das interessiert keinen. Doch. Yeah. Ich komm heute übrigens auch, um dir ne Schelle zu geben. Nein. Doch. Gute Idee. Doch. Jetzt ist das Problem, die haben jetzt die ganzen Autosniper und... Ich geh nicht grobe jetzt, mir egal. Mich doch, Chiki, Alter. Komm her, du Bastard. Komm her. Komm, da hab ich wieder kein Schwein lang. Immer da, wo ich hingehe, ey. Hey. Ist ja klar. Jetzt spawnen, kämmt auch gleich einer. Äh. Oh. Ja. Also ich weiß nicht mal, von wo die mich abknallen. Weißt du, glaub ich. Künstlich. Ach, leck mich. Künstlich. Das ist mir so scheiße. Das ist so schlecht, ey. Auf Strom. Es sind noch drei Gegner, den kannst du vergessen, ey. Shut up. Warum flamst du dich jetzt, Mann? Äh. One play again? Yo. Ne. Hey, baby. Hey. 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 Chapter. Oh, Crack. gerll. Oh, Crack. Hedet vom Fight. Ete. Endliche mal gute Gewinner und der Florian versauen. Was kam, was kam, was kam? Ob wir nochmal spielen wollen. So, was klar? Die Spastis, die innen eine Kappe aufhaben, mit denen spiele ich nicht. Ich füge mir keinen Wunsch. Okay, dann muss ich jetzt leider auch raus. Wenn ich nicht das richtig eine Kappe aufhätte. Boah, allein schon...